Ein fröhliches Hallo aus Nord-Zypern, ihr Lieben. Heute an einem interessanten Standort. Hier hinten geht es nach Girne, da geht es nach Famagusta oder auch nach Erbschans im Flughafen und in diese Richtung kommen wir nach Karpath. Also von hier aus geht es quasi überall hin und direkt hinter mir hier entsteht ein neues Wohnprojekt und das stelle ich euch jetzt nach vor. Es wird eine Boutique-Wohnanlage, ungefähr ein Kilometer Luftlinie vom Meer entfernt, mit Outdoor- und Indoor-Facilities wie großen Pool-Landschaften mit Bars, Spa-Center, Outdoor-Fitness, Tennis- und Basketballplatz, einem Kinderspielplatz, einem Restaurant und einigen Shops. Es gibt Loftgarten Apartments über zwei Ebenen, darüber Penthäuser und auch einige Villen. Die Preise starten aktuell bei knapp 152.000 britische Pfund und das Ganze all inclusive. Werfen wir mal einen Blick auf die Umgebung. Wir sind im schönen Tatisou an der Nordostküste von Nordzypern, wo die Berge nahe dem Meer sind und die Natur besonders schön ist. Ja, hier direkt an der Kreuzung gibt es schon einen kleinen Supermarkt. Der hat sieben Tage die Woche auf und hat eigentlich alles für den täglichen Bedarf. Aber es wird hier direkt daneben noch diverse weitere Shops geben. Also zum Beispiel auch eine Autovermietung, ein Restaurant und hier direkt hinter mir entsteht dann Bauphase 1 und ein Stück weiter Bauphase 2. Hier an der Stelle werden die Villen entstehen mit super Ausblick nach hinten auf die Berge und vorne natürlich auch aufs Meer. So wird die Wohnanlage aussehen. 70 Einheiten insgesamt. Rechts Phase 1 mit fünf Apartmentblöcken, links Phase 2 mit drei weiteren Apartmentblöcken und acht Doppelhausvillen. Hier nochmal rangezoomt die Phase 1. Da werden auch die Indoor Facilities sein. Okay, schauen wir uns mal ein paar 3D-Visualisierungen an, die in die reale Landschaft reingesetzt sind. Hier sieht man schön den Ausblick Richtung Süden in die Bergwelt und Richtung Norden auf das Meer. Von der Dachterrasse 360 Grad. Hier ein Überblick der aktuellen Baustelle. Da werden gerade die ersten Fundamente gelegt. Fertigstellung Phase 1 Mitte 2025 und Phase 2 Mitte 2026. Schauen wir uns mal das Exterior Design an. Hier ist die Bauphase 1, modern mit einem Touchblau und viel Grünflächen. Jede Phase hat einen großen Pool mit einer eigenen Bar und abends ist das Ganze natürlich schön beleuchtet. Weiter geht es mit dem Interior Design hier für die One Plus One Loft Garden Apartments. Mit dem nach oben offenen Wohnzimmer, hohe Fensterfronten, Schlafzimmer oben im Loftbereich, insgesamt 63 Quadratmeter Innenfläche, 10 Quadratmeter Terrasse und bis zu 97 Quadratmeter Garten. Preis hierfür aktuell ab knapp 162.000 britische Pfund, all inclusive. Hier das One Plus One Penthouse auf einer Ebene, bis zu 50 Quadratmeter Innen, 6 Quadratmeter Terrasse und bis zu 39 Quadratmeter Dachterrasse. Superschickes Design, aktuelle Preise ab knapp 152.000 britische Pfund, inklusive allem drum und dran. Bauphase 2. Hier gibt es die gleichen Gartenapartments und Penthäuser wie in Phase 1 und auch hier gibt es natürlich wieder einen schicken Pool, diesmal einen geschwungenen, so habt ihr noch ein bisschen mehr Abwechslung und auch hier ist wieder alles sehr schön ästhetisch und ansprechend gestaltet. Hier seht ihr die Villen mit jeweils zwei Doppelhaushälften. Die haben zwei Zimmer, 110 Quadratmeter Innen, 90 Terrassen und 85 Garten. Aktuelle Preise starten ab 475.000 britische Pfund. Auch hier natürlich all inclusive und mit einem wie ich finde besonders schicken Design. Und selbstverständlich wird es auch einen schönen Spa-Bereich geben mit Massageräumen, Sauna, einem Fitnessstudio, alles schön verglast mit Blick aufs Grüne und Frischluft und für die Wintermonate gibt es auch einen schönen warmen Indoor-Pool. Ein Highlight habe ich noch für euch. Es wird bei diesem Bauprojekt eine eigene App geben und in der App könnt ihr bis zur Fertigstellung den Baufortschritt verfolgen, also mit einer Livecam wird da immer live mitgefilmt und nach Fertigstellung könnt ihr natürlich diverse Services buchen, so wie eine Massage zum Beispiel im Spa oder ihr könnt auch eure Einnahmen verfolgen, wenn ihr eure Wohnung im Vermietungs-Service habt. Also sehr praktisch eine eigene App für das Wohnprojekt. Das war's zu diesem Schmuckstück hier. Also kleine feine Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten und super vielen Extras. Top Qualität, super Preise und alles inklusive. Wenn du mehr erfahren möchtest, schickt mir gerne eine Anfrage und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video oder schon bald auf der Sonneninsel. Bis dann, tschüssi! Willkommen diesem Video! Untertitelung des ZDF, 2020